Percy Jackson Der Fluch des Titan Kapitel 1 Meine Rettungsoperation schlägt gewaltig fehl Am Freitag vor den Winterferien packte meine Mom mir meine Reisetasche und ein paar tödliche Waffen zusammen und fuhr mich zu einem neuen Internat. Auf dem Weg dahin holten wir meine Freundinnen Annabeth und Talia ab. Die Fahrt von New York nach Bar Harbor in Maine dauerte acht Stunden. Schneeregen prasselte auf die Autobahn. Annabeth, Talia und ich hatten uns seit Monaten nicht gesehen. Aber wegen des Blizzards und allem, was vor uns lag, waren wir zu nervös, um viel zu reden. Abgesehen von meiner Mom. Sie redet immer mehr, wenn sie nervös ist. Als wir endlich in Westover Hall ankamen, wurde es schon dunkel und sie hatte Annabeth und Talia jede peinliche Geschichte über mich als Baby erzählt, die es überhaupt gab. Talia wischte über das beschlagene Autofenster und linste hinaus. Na Mensch, das wird ja lustig. Westover Hall sah aus wie eine Ritterburg, in der es spukte. Es war ganz aus schwarzem Stein gebaut und hatte Türmchen und Schießscharten und eine große doppelflügige Holztür. Das Haus stand auf einem verschneiten Felsen und schaute auf der einen Seite auf einen riesigen, vereisten Wald und auf der anderen auf den grauen, tosenden Ozean. Seid ihr sicher, dass ich nicht warten soll? fragte meine Mutter. Nein, danke, Mom, sagte ich. Wir wissen doch gar nicht, wie lange das dauert. Wir schaffen das schon. Aber wie wollt ihr denn zurückkommen? Ich mache mir Sorgen, Percy. Ich hoffte, dass ich nicht rot wurde. Es war schlimm genug, dass meine Mom mich zu meinen Schlachten fahren musste. Schon gut, Miss Jackson. Annabeth lächelte beruhigend. Sie hatte ihre blonden Haare unter einer Schieme zu versteckt und ihre grauen Augen hatten die Farbe des Ozeans. Wir werden schon dafür sorgen, dass er keinen Ärger kriegt. Meine Mom schien sich ein wenig zu beruhigen. Sie hält Annabeth für die vernünftigste Halbgottheit, die es jemals bis zur neunten Klasse geschafft hat. Sie ist davon überzeugt, dass mir Annabeth ziemlich regelmäßig das Leben rettet. Sie hat recht, aber das heißt noch lange nicht, dass mir das gefällt. Okay, ihr Lieben, sagte meine Mom. Habt ihr alles, was ihr braucht? Ja, Miss Jackson, sagte Talia. Danke fürs Bring. Reservepullover? Habt ihr meine Handynummer? Mom. Deine Ambrosia und dein Nektar, Percy? Und eine goldene Drachma, falls ihr Kontakt zum Camp aufnehmen müsst? Mom, also echt? Wir schaffen das schon. Los, Leute. Sie sah ein wenig verletzt aus und das tat mir leid, aber ich wollte jetzt dieses Auto verlassen. Wenn meine Mom noch eine Geschichte darüber erzählte, wie niedlich ich mit drei Jahren in der Badewanne ausgesehen hatte, dann würde ich mich in den Schnee stürzen und dort erfrieren. Annabeth und Talia stiegen mit mir aus. Der Wind bohrte sich wie Eisdolche durch meinen Mantel. Als der Wagen meiner Mutter nicht mehr zu sehen war, sagte Talia, Deine Mom ist einfach klasse, Percy. Die ist schon in Ordnung, gab ich zu. Was ist mit dir? Hast du je Kontakt zu deiner Mom? Kaum hatte ich das gesagt, da hatte ich mir die Zunge abbeißen mögen. Talia war groß im böse Blick gewerfen und dazu kam ihre übliche Punk-Kleidung. Die zerfetzte Armeijacke, die schwarze Lederhose und die Ketten, die sie immer trug. Die schwarze Wimperntusche und die stechenden Augen. Aber der Blick, den ich jetzt abbekam, war die perfekte Drohgebärde. Als ob dich das irgendwas angeht, Percy. Wir sollten reingehen, fiel Annabeth Ions Wort. Grover wartet sich ja schon. Talia sah die Burg an und zitterte. Du hast recht, ich wüsste ja gern, was sie dazu gebracht hat, uns den Hilferuf zu schicken. Ich starrte auf die düsteren Türme von Westover Hall. Nichts Gutes, nahm ich an. Die Eichentüren öffneten sich mit einem Stöhnen und wir betraten in einem Schneegestöber die Eingangshalle. Ich konnte nur sagen, boah, die Halle war riesig. Die Wände waren behangen mit Kriegsflaggen und Waffen, oralten Gewehren, Kampfexten und allerlei anderem Kram. Ich meine, wir hatten ja gewusst, dass es eine Militärschule war. Aber dieser ganze Kram an der Wand kam mir dann doch übertrieben vor. Der pure Overkill eben. Meine Hand fuhr zu meiner Tasche, wo ich meinen tödlichen Kugelschreiber aufbewahrte. Springflut. Ich spürte schon jetzt, dass irgendetwas nicht stimmte. Irgendeine Gefahr drohte. Talia rieb ihr Silberarmband, ihren bevorzugten magischen Gegenstand. Ich wusste, dass wir dasselbe dachten. Uns stand ein Kampf bevor. Annabeth konnte gerade noch sagen, ich frage mich wo, dann knallten hinter uns die Türen ins Schloss. Okay, murmelte ich. Dann werden wir hier wohl eine Weile bleiben. Ich konnte vom anderen Ende der Halle her Musik hören. Es klang wie Tanzmusik. Wir legten unsere Reisetaschen hinter einer Säule ab und liefen los. Wir waren noch nicht sehr weit gekommen, als ich Schritte auf dem Steinboden hörte und ein Mann und eine Frau kamen aus dem Schatten heraus marschiert, um uns anzuhalten. Sie hatten beide kurze graue Haare und trugen schwarze militärisch wirkende Uniformen mit roten Aufnähern. Die Frau hatte einen dünnen Schnurrbart und der Mann war glatt rasiert, was mir irgendwie falsch verteilt vorkam. Beide gingen so steif, als ob sie sich Besenstiele ans Rückgrat geklebt hätten. Na? fragte die Frau. Was macht ihr denn hier? Ähm... Mir wurde klar, dass ich mir das überhaupt noch nicht überlegt hatte. Ich war so darauf konzentriert gewesen, zu Grover zu gelangen und herauszufinden, was er für Probleme hatte, dass ich gar nicht daran gedacht hatte, dass es irgendwem seltsam vorkommen könnte, wenn drei junge Leute versuchten, sich nachts in die Schule zu schleichen. Und unterwegs hatten wir einfach nicht darüber gesprochen, wie wir ins Haus gelangen würden. Ich sagte, Ma'am, wir wollten nur... Ha! fauchte der Mann und ich fuhr zurück. Beim Tanzen keine Besuche erlaubt. Ihr werdet weggejagt werden. Er hatte einen Akzent. Vielleicht einen französischen. Er sprach das J wie in Jacques aus. Er war groß und hatte ein Gesicht wie ein Habicht. Seine Nasenlöcher blähten sich beim Sprechen, was es schwer machte, ihm nicht in die Nase zu starren. Und seine Augen waren von unterschiedlicher Farbe. Eins war braun, eins war blau, wie bei einem Hinterhofkater. Ich dachte schon, er wollte uns in den Schnee hinauswerfen, aber dann trat Talia vor und tat etwas sehr Seltsames. Sie schnippte mit den Fingern. Das machte ein hartes, lautes Geräusch. Vielleicht war das ja nur Einbildung, aber mir kam es vor, als ob aus ihrer Hand ein Windstoß durch den Raum fuhr. Er jagte über uns alle hinweg und ließ die Fahnen an den Wänden rascheln. Aber wir sind doch gar keine Besucher, Sir, sagte Talia. Wir gehen hier zur Schule. Wissen Sie das nicht mehr? Ich bin Talia und das hier sind Annabeth und Percy. Wir gehen in die achte Klasse. Der Lehrer kniff seine zweifarbigen Augen zusammen. Ich wusste nicht, was Talia sich dabei dachte. Jetzt würden wir vermutlich für diese Lüge bestraft und dann in den Schnee hinausgeworfen werden. Aber der Mann schien zu zögern. Er sah seine Kollegin an. Miss Gottschalk, kennen Sie diese Schüler? Trotz der Gefahr, in der wir schwebten, musste ich mir auf die Zunge beißen, um nicht loszuprusten. Noch mehr Götter? Der Mann machte doch bestimmt Witze. Die Frau blinzelte, als er sie eben erst aus der Trance erwacht. Ich, ja, ich glaube schon, Sir. Sie musterte uns stirnrundzillend. Annabeth, Talia, Percy, wieso seid ihr nicht in der Turnhalle? Ehe wir antworten konnten, hörten wir wieder Schritte und Grover kam atemlos angerannt. Ihr habt es geschafft, ihr... Er fuhr zurück, als er die Lehrer sah. Oh, Miss Gottschalk, Dr. Thorne, ich... Ähm, ich... Ja, bitte, Mr. Underwood, fragte der Mann. Sein Tonfall verriet deutlich, dass er Grover nicht ausstehen konnte. Was soll heißen, Sie haben es geschafft? Diese Schüler wohnen hier. Grover schluckte. Ja, Sir. Natürlich, Dr. Thorne. Ich meine nur, ich freue mich so, dass Sie es geschafft haben, den... äh... die... Bowl für den Ball anzurühren. Die ist wirklich köstlich. Und Sie haben es geschafft, die zu brauen. Dr. Thorne starrte uns wütend an. Ich war sicher, dass eins seiner Augen falsch war. Das braune? Das blaue? Er sah aus, als hätte er uns am liebsten vom höchsten Burgturm gestürzt. Aber nun sagte Miss Gottschalk mit verträumter Stimme, Ja, die Bowl ist hervorragend. Aber jetzt fort mit euch. Allesamt. Ihr dürft die Turnhalle nicht wieder verlassen. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Wir liefen mit reichlich Yes, Ma'am und Yes, Sir los und salutierten einige Male, einfach weil uns das hier angebracht erschien. Grover führte uns durch die Halle in Richtung Musik und trieb uns dabei zur Eile an. Ich spürte die Blicke der Lehrer am Rücken, hielt mich aber dicht an Talia und fragte mit leiser Stimme, Wie hast du dieses Fingerschnippsding gemacht? Du meinst den Nebel? Hat Chiron dir das noch nicht beigebracht? Ein unbehaglicher Kloß bildete sich in meinem Hals. Chiron war der Unterrichtskoordinator im Camp, aber so etwas hatte er mir noch nicht beigebracht. Warum brachte er Talia solche Tricks bei und mir nicht? Grover lief zu einer Tür, in deren Fensterscheibe Turnhalle stand. Sogar ich als Legastheniker konnte das entziffern. Das wäre um ein Haar schiefgegangen, sagte Grover. Den Gottheiten sei Dank, dass ihr es geschafft habt. Annabeth und Talia umarmten Grover. Ich bot ihm meine Hand zum Einschlagen. Es war so schön, ihn nach all den Monaten wiederzusehen. Er war ein wenig größer geworden und hatte sich ein paar Schnurrhaare mehr zugelegt, aber ansonsten sah er aus wie immer, wenn er sich als Mensch ausgab. Eine rote Mütze auf seinen braunen Locken, um seinen Ziegenhörner zu verbergen. Ausgebeulte Jeans und Turnschuhe mit Fußattrappen für seine pelzigen Beine und die Hufe. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift, die ich erst nach einigen Sekunden lesen konnte. Dort stand Westover Hall. Grunz. Ich war mir nicht sicher, ob das Grovers Rang hier beschrieb oder das Schulmotto war. Also, warum der Notruf? Fragte ich. Grover holte Tiefluft. Ich habe zwei gefunden. Zwei Halbblute? Fragte Talia überrascht. Hier? Grover nickte. Es kam selten genug vor, dass ein Halbblut entdeckt wurde. In diesem Jahr hatte Chiron die Saathürn unter Ausnahmezustand gestellt und sie durch das ganze Land geschickt, um Schulen aller Art nach möglichen Rekruten zu durchkämmen. Die Zustände waren schrecklich. Wir verloren Kämpfer und brauchten alle neuen Kämpfer, die wir finden konnten. Das Problem war, dass da draußen einfach nicht gerade massenweise Halbgottheiten herumliefen. Bruder und Schwester, sagte Grover. Sie sind zehn und zwölf. Ich weiß nicht, wer ihre Eltern sind, aber sie sind stark und wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich brauche eure Hilfe. Monster? Eins. Grover machte ein nervöses Gesicht. Er ist sich wohl noch nicht sicher. Zumindest glaube ich nicht, dass er sich schon sicher ist, aber heute ist der letzte Tag von den Ferien. Ich denke nicht, dass er sie hier weglassen wird, ohne es genau zu wissen. Das hier ist vielleicht unsere letzte Chance. Wann immer ich versuche, mit ihnen zu reden, steht er da und versperrt mir den Weg. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Grover sah verzweifelt Talia an. Ich versuchte mir nichts daraus zu machen. Früher hatte Grover mich angeschaut, wenn er Hilfe brauchte. Aber jetzt ging Talia vor. Und nicht nur, weil Zeus ihr Dad war. Talia hatte mehr Erfahrung damit, als wir anderen alle zusammen mit den Monstern in der wirklichen Welt fertig zu werden. Alles klar, sagte sie. Und diese Haltblute sind auf dem Schulball? Grover nickte. Na, dann wollen wir mal das Tanzbein schwingen, sagte Talia. Wer ist dieses Monster? Oh, sagte Grover und schaute sich ängstlich um. Ihr habt es eben kennengelernt. Es ist der stellvertretende Schuldirektor. Dr. Thorne. Das Komische an Militärschulen ist, dass die Leute immer total durchdrehen, wenn sie zu besonderen Anlässen ihre Uniformen abwerfen können. Ich denke, das liegt daran, dass sonst immer so strenge Regeln herrschen. Und dann wollen sie eben wie wild alles ausgleichen oder so. Überall auf dem Boden der Turnhalle lagen schwarze und weiße Ballons herum und die Jungs traten sie sich gegenseitig ins Gesicht oder versuchten, einander mit denen an der Wand befestigten Luftschlangen zu erwürgen. Die Mädchen liefen in Gruppen herum, wie sie das eben immer machten, und hatten jede Menge Make-up aufgelegt. Und trugen Spaghetti-Träger und knallbunte Hosen und Schuhe, die aussahen wie Foltergeräte. In regelmäßigen Abständen umzingelten sie einen armen Wicht wie einen Schwarm Piranhas, kreischten und kicherten. Und wenn sie dann endlich weiterzogen, hatte der Typ Schleife im Haar und sein Gesicht war total verschmiert mit Lippenstift-Graffiti. Ein paar von den älteren Typen sahen eher aus wie ich. Sie fühlten sich nicht wohl in ihrer Haut, lungerten an der Wand der Turnhalle herum und versuchten, sie es zu verstecken, als ob sie jeden Moment damit rechneten, um ihr Leben kämpfen zu müssen. Was in meinem Fall ja auch stimmte. Da sind sie. Grover zeigte auf zwei kleinere Kids, die zwischen den Turnmatten in einer Diskussion vertieft waren. Bianca und Nico D'Angelo. Das Mädchen trug eine weite, grüne Mütze, als ob sie ihr Gesicht verstecken wollte. Der Junge war einwandfrei ihr kleiner Bruder. Sie hatten beide dunkle, seidige Haare und olivbraune Haut und sie redeten mit den Händen. Der Junge mischte irgendwelche Karten. Seine Schwester schien ihn auszuschimpfen. Immer wieder blickte sie sich um, als ob sie spürte, dass etwas nicht stimmte. Annabeth fragte, Wissen Sie, ich meine, hast du es ihnen gesagt? Grover schüttelte den Kopf. Du weißt doch, wie das ist. Das könnte sie in noch größere Gefahr bringen. Wenn sie erst wissen, wer sie sind, dann wird der Geruch stärker. Er sah mich an und ich nickte. Ich hatte noch nie so ganz verstanden, wie es kommt, dass Heilblute für Monster und Satyren riechen. Aber ich weiß, dass das tödlich sein kann, wenn sie deine Witterung aufnehmen. Und je mächtiger du als Heilblut wirst, umso mehr riechst du wie ein feines Monster essen. Also schnappen wir sie uns und dann Becky, sagte ich. Ich wollte loslaufen, aber Talia legte mir die Hand auf die Schulter. Der stellvertretende Direktor, Dr. Thorne, war jetzt hinter den Matten durch eine Tür gekommen und stand jetzt in der Nähe der DiAngelo-Zwillinge. Er nickte kalt zu uns herüber. Sein blaues Auge glühte. Sein Gesichtsausdruck verriet uns, dass Talias Nebeltrick Thorne kein bisschen getäuscht hatte. Er hatte einen Verdacht, wer wir waren. Er wartete nur ab, um herauszufinden, was wir hier wollten. Seht nicht zu den Kids rüber, befahl Talia. Wir müssen auf eine Möglichkeit warten, sie zu holen. Wir müssen so tun, als ob wir uns überhaupt nicht für sie interessieren. Ihn von der Fährte abbringen. Irgendwie das? Wir sind drei mächtige Heilblute. Unsere Anwesenheit hier müsste ihn verwirren. Mischt euch unter das Volk. Verhaltet euch ganz natürlich. Tanzt ein bisschen. Aber behalte diese Kinder im Auge. Wir sollen tanzen? fragte Annabeth. Talia nickte. Sie hielt eine Hand hin das Ohr und lauschte auf die Musik. Und dann verzog sie das Gesicht. Oh, wer hat bloß Jesse McCartney ausgesucht? Grover sah verletzt aus. Ich? Meine Güte, Grover, das ist doch lahm. Kannst du nicht irgendetwas anderes spielen wie Green Day oder so? Green, was? Egal, tanzen wir. Aber ich kann nicht tanzen. Du kannst, wenn ich führe, sagte Talia. Na los, Ziegenknabe. Grover fiepte, als Talia seine Hand packte und ihn auf die Tanzfläche zog. Annabeth lächelte. Was ist los? fragte ich. Nichts. Es ist nur einfach super, dass Talia wieder da ist. Annabeth war seit dem letzten Sommer größer als ich, was mich irgendwie störte. Sie trug sonst nie Schmuck, außer ihrem Camp-Halfblatt-Halsband, aber jetzt hatte sie kleine silberne Ohrringe angelegt, die aussahen wie Eulen, das Symbol ihrer Mutter Athene. Sie zog sich die Schimütze vom Kopf und ihre langen, blonden Haare fielen ihr über die Schultern. Dadurch wirkte sie aus irgendeinem Grund älter. Also, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Verhaltet euch ganz natürlich, hatte Talia gesagt. Aber was zum Henker ist natürliches Verhalten für ein Heilblut in einem gefährlichen Einsatz? Ähm, hast du in letzter Zeit ein tolles Gebäude entworfen? Annabeths Augen leuchteten auf. Das war immer so, wenn die Rede von Architektur war. Es ist Wahnsinn, Percy. An meiner neuen Schule habe ich 3D-Design als Wahlfach und wir haben so ein Schulcomputerprogramm. Sie erklärte ausführlich, wie sie ein riesiges Denkmal für Ground Zero in Manhattan entworfen hatte. Sie redete über Stützträger und Fassaden und solchen Kram und ich versuchte zuzuhören. Ich wusste, sie wollte später eine super Architektin werden. Sie liebt Mathe und historische Gebäude und sowas, aber ich verstand kaum ein Wort von dem, was sie redete. Tatsache war, es enttäuschte mich irgendwie, dass ihre neue Schule ihr so gut gefiel. Sie besuchte zum ersten Mal eine Schule in New York und ich hatte gehofft, sie häufiger sehen zu können. Es war ein Internat in Brooklyn, wo auch Talia war und so dicht bei Camp Halfblatt gelegen, dass Chiron zur Hilfe kommen könnte, wenn sie Ärger hatten. Weil es eine reine Mädchenschule war und ich die MS-54 in Manhattan besuchte, traf ich die beiden fast nie. Ja, ähm, Spitze, sagte ich. Du wirst also für den Rest des Jahres dort bleiben? Ihr Gesicht verdüßerte sich. Naja, vielleicht, wenn nicht. Hey, rief Talia uns zu. Sie tanzte langsam mit Grover, der über seine eigenen Füße fiel, und Talia gegen das Schienbein trat. Er sah aus, als wäre er am liebsten gestorben. Zumindest waren seine Füße eine Attrappe, im Gegensatz zu mir hatte er also eine Entschuldigung für sein Ungeschick. Jetzt tanzt doch endlich Leute, befall Talia. Es sieht blöd aus, wenn ihr hier nur rumsteht. Ich sah nervös zuerst Annabeth an, dann die Gruppen von Mädchen, die durch die Turnhalle streiften. Na? fragte Annabeth. Wen soll ich denn auffordern? Sie versetzte mir einen Rippenstoß. Mich, Algenhirn? Ach ja, klar. Also gingen wir auf die Tanzfläche, und ich versuchte, mich von Talia und Grover inspirieren zu lassen. Ich legte Annabeth eine Hand auf die Hüfte, und sie packte die andere Hand, als ob sie mich mit einem Judo-Griff auf die Matte legen wollte. Ich beiß doch nicht, sagte sie. Also echt, Percy? Wird in deiner Schule denn nie getanzt? Ich gab keine Antwort. Die Wahrheit war, doch, es wurde schon getanzt, nur hatte ich kein einziges Mal mitgemacht. Ich war immer einer der Jungs, die in der Ecke Basketball spielen. Wir schlurften ein paar Minuten durch die Gegend. Ich versuchte, mich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren, wie die Luftschlangen und das Gefäß mit der Bohle, auf alles, nur nicht auf die Tatsache, dass Annabeth größer war als ich und dass meine Hände schweißnass und vermutlich ungeschickt waren und dass ich ihr immer wieder auf die Zehen trat. Was hast du vorhin gesagt? Fragte ich. Rechnest du mit Ärger in deiner Schule oder sowas? Sie spitzte die Lippen. Das nicht. Es ist mein Dad. Oha. Ich wusste, dass Annabeth eine reichlich steinige Beziehung zu ihrem Vater hatte. Ich dachte, die Sache mit euch hätte sich gebessert. Liegt es wieder an deiner Stiefmutter? Annabeth seufzte. Er will umziehen. Kaum habe ich mich in New York eingelebt, da nimmt er so einen blöden Job an, um für sein Buch über den Ersten Weltkrieg zu recherchieren. In San Francisco. Sie sagt das so, wie sie Felder der Verdammnis oder Hades Turnhose gesagt hätte. Und jetzt will er, dass du mit ihm umziehst? Fragte ich. Ans andere Ende des Landes, sagte sie verzweifelt. Und Halbblute können in San Francisco nicht leben. Das müsste er doch wissen. Was? Wieso nicht? Annabeth verdrehte die Augen. Vielleicht meinte sie, ich machte Witze. Du weißt doch. Genau da ist es doch. Ah, sagte ich. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redete, aber ich wollte nicht wie ein Trottel rüberkommen. Also, wirst du dann wieder im Camp wohnen oder was? Es ist noch schlimmer, Percy. Ich, ähm, ich sollte dir vielleicht etwas erzählen. Plötzlich erstarrte sie. Sie sind weg. Was? Ich folgte ihrem Blick. Die Matten. Die beiden Halbblutkits, Bianca und Nico, waren nicht mehr da. Die Tür neben dem Mattenraum stand weit offen. Dr. Thorne war nirgendwo zu sehen. Wir müssen Talia und Grover Bescheid sagen. Annabeth hielt fieberhaft Ausschau. Wo sind sie bloß hingetanzt? Na los, komm schon. Sie rannte durch die Menge. Ich wollte ihr gerade folgen, als eine Meute von Mädels mir den Weg versperrte. Ich kämpfte mich um sie herum, um mir die Schleifen- und Lippenstiftbehandlung zu ersparen. Und als ich mich von ihnen befreit hatte, war Annabeth verschwunden. Ich lief eine Runde durch die Turnhalle und hielt Ausschau nach ihr oder Talia und Grover. Aber stattdessen sah ich etwas, das mein Blut gefrieren ließ. Etwa 15 Meter von mir entfernt, auf dem Boden der Turnhalle, lag eine weite grüne Mütze. Wie Bianca D'Angelo eine getragen hatte. Daneben lagen einige Sammelkarten. Und dann sah ich für einen Moment Dr. Thorne. Er stürzte auf der anderen Seite der Turnhalle aus der Tür und hielt die beiden D'Angelos am Nacken gepackt, wie Katzenjunge. Ich konnte Annabeth noch immer nicht sehen, wusste aber, dass sie in die andere Richtung gerannt war, um Talia und Grover zu suchen. Ich wäre ihr fast gefolgt, aber dann dachte ich... Moment mal. Mir fiel ein, was Talia in der Eingangshalle zu mir gesagt hatte. Sie hatte mich total verwirrt angesehen, als ich sie nach dem Fingerschnipstrick gefragt hatte. Hat Hiran dir das denn noch nicht beigebracht? Ich dachte daran, wie Grover sie angesehen hatte. In der Hoffnung, dass sie die Situation retten würde. Nicht, dass ich sauer auf Talia gewesen wäre. Sie war schon cool. Es war nicht ihre Schuld, dass Zeus ihr Dad war und dass sie alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Aber ich brauchte ihr deshalb noch lange nicht hinterherzulaufen, wenn ich ein Problem hatte. Die D'Angelos waren in Gefahr. Bis ich meine Freunde gefunden hatte, konnten die beiden längst verschwunden sein. Ich kannte mich mit Monstern aus. Ich würde allein damit fertig werden. Ich zog Springflut aus der Tasche und rannte hinter Dr. Thorne her. Die Tür führte auf einen dunklen Gang. Vor mir hörte ich eilige Schritte und dann ein schmerzerfülltes Stöhnen. Ich drehte die Kappe von Springflut. Der Kugelschreiber wuchs in meiner Hand, bis ich ein fast ein Meter langes griechisches Bronzeschwert mit Leder umwickeltem Griff in der Hand hielt. Die Schneide glühte schwach und warf ein goldenes Licht auf die Reihen von Schließfächern. Ich lief durch den Gang, aber als ich das andere Ende erreicht hatte, war dort niemand. Ich öffnete eine Tür und stand wieder in der Eingangshalle. Ich war total verwirrt. Dr. Thorne konnte ich nirgendwo entdecken, aber auf der anderen Seite der Halle standen die D'Angelos. Sie waren wie gelähmt vor Angst und starrten mich an. Ich ging langsam auf sie zu und senkte meine Schwertspitze. Keine Angst, ich tue euch nichts. Sie gaben keine Antwort. Ihre Augen waren voller Schrecken. Was war los mit ihnen? Und wo steckte Dr. Thorne? Vielleicht hatte er Springflut gerochen und sich verpisst. Monster hassen himmlische Bronzwaffen. Ich heiße Percy, sagte ich und versuchte meine Stimme ruhig klingen zu lassen. Ich werde euch hier wegbringen, an einen sicheren Ort. Bianca machte große Augen. Sie ballte die Fäuste. Ich begriff zu spät, was ihr Blick bedeutete. Sie fürchtete sich nicht vor mir. Sie versuchte mich zu warnen. Ich fuhr herum. Ein Schmerz explodierte in meiner Schulter. Eine gewaltige Kraft riss mich zurück und schleuderte mich gegen die Wand. Ich schlug mit meinem Schwert zu, aber es gab nichts, was ich hätte treffen können. Ein kaltes Lachen heilte in der Halle wieder. Perseus Jackson, sagte Dr. Thorne. Durch seinen Akzent klang das J in meinem Nachnamen falsch. Ich weiß, wer du bist. Ich versuchte, meine Schulter zu befreien. Meine Jacke und mein Hemd waren mit einer Art Stachel an die Wand genagelt, einem schwarzen, dolchähnlichen Geschoss von ungefähr 30 Zentimetern Länge. Es hätte meine Schulter gestreift und die Wunde brannte. Ich hatte so etwas schon einmal gespürt. Gift. Ich zwang mich, mich zu konzentrieren. Ich würde nicht ohnmächtig werden. Jetzt kam eine dunkle Silhouette auf mich zu. Dr. Thorne trat in das trübe Licht. Er sah noch immer aus wie ein Mensch, sein Gesicht aber wirkte gespenstisch. Er hatte perfekte weiße Zähne und seine braunblauen Augen reflektierten den Glanz meines Schwerts. Danke dafür, dass du aus der Turnhalle gekommen bist, sagte er. Ich hasse Schulbälle. Ich versuchte, mein Schwert zu schwingen, aber er war gerade so eben außer Reichweite. Irgendwo hinter Dr. Thorne wurde ein zweites Geschoss abgefeuert. Er hatte sich nicht gerührt. Jemand Unsichtbares schien hinter ihm zu stehen und mit Dolchen zu werfen. Neben mir schrie Bianca leise auf. Der zweite Dolch bohrte sich kaum zwei Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt in die Wand. Ihr kommt jetzt alle drei mit mir, sagte Dr. Thorne. Leise, gehorsam. Wenn ihr auch nur ein einziges Geräusch macht, wenn ihr um Hilfe ruft oder euch zu wehren versucht, dann werde ich euch zeigen, wie gut ich wirklich ziehen kann. Gehen wir ihm aus. Da geht dann zum Glück. Untertitelung des ZDF, 2020